Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge von Men, die uns fangen. Und zwar einem Deathrun sozusagen in Wildwoods. Das heißt, wir dürfen uns in ganz Wildwoods nur aufhalten und rennen so lange weg, bis wir gefangen wurden von diesen über 40 hungrigen Suchern hier. Und mit dabei sind alle beiden, äh alle beiden, alle aus den letzten beiden Folgen so rum. Und zwar Sanett, Antonia, Lara und Anna. Hey! Hallo! Hi! Genau, und ich würde sagen, wir rennen dann gleich mal los und gucken mal, wer von uns am längsten aushält. Teilen uns hier auf und haben eine Minute ungefähr Vorsprung vor die anderen, die uns fangen dürfen. Und das stelle ich mir natürlich echt knifflig vor. Hier in Wildwoods kann man so leicht hängen bleiben. Ähm, gibt natürlich aber auch einige, ja, interessante Wege, wo man vielleicht jemanden abhängen könnte. Gut, dann fragen wir gleich mal, wie das Ganze hier funktioniert. Nachdem wir noch ein bisschen Vorsprung hatten, kann das ja ungefähr so abschätzen, wie weit ich jetzt schon vorgedrungen bin, sozusagen, wo ich bin. Und, uh, Mötterling. Oh, hier ist gerade noch eine Person, interessant. Bei mir auch. Super. Der Herr, der Tonio hat gesehen. Ob das wo ist. Hier kuschelt. Oh, ein Stern. Hat er einen Stern? Da sind Sterne. Da findet sie einen Stern. Ja, ich habe die Sterne noch nicht gesammelt. Achso, oh, da hast du jetzt gespoilert, in welchem Teil du bist. Ob das so schlau war. Oh. Okay, auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, okay. Ich vermute, die Brücken sind das Erste, das zu ist. Ja, zu. Also, ihr dürft keine Wege zustellen. Ihr dürft nur auch rennen. Und, ja, jetzt dürft ihr loslaufen. Wieder vorwöch. Ich gehe jetzt mal falsch ab. Na, super. Gucken wir mal, ob das gut geht hier. Oh, hi. Hallo. Man trifft sich in der ganzen Zeit in seiner Kunde. Ja, ihr fühlt uns einfach entnehmen. Wir haben hier uns schon sehr oft treffen. Wie geil. Bin ich mal gespannt. Oh Gott, oh Gott. Ob das dann ein gutes... Kann man... Gott. Ja, weil es... Kann halt auch sehr gut passieren, dass ich einfach irgendwo in der Felswand runterlaufe, weil ich denke, da geht ein Weg lang und dann ist da kein Weg. Und dann... Oh nein. Ich renne hier allen in die Arme. Da ist jemand da rum, der so bespielt, glaube ich nicht mehr. Jetzt bräuchte man ein grünes Pferd zu tragen, ja. Da waren sehr viele Menschen und ich dachte, ich gehe wieder weg. Ich finde den Weg nicht mehr nach unten. Das gibt es doch nicht. Nach unten? Was machst du denn? Oh nein. Ach, hier. Oh, oh. Ah, nee, dann laufe ich jetzt nicht mehr runter. Ich sehe zur Zeit nach niemandem. Oh, oh, oh. Ah, Mensch. Wir machen das nicht. Niemann. Oh Gott, Tony. Ja. Tony, hallo. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Scheiße, ich bin so hängengeblieben. Oh Gott, der hat... Ah, ich bin so hängengeblieben. Oh mein Gott. Oh nein, dann löst du dich von vorhin wieder. Ich verfolgte schon die ganze Zeit. Mann Toni, was was ist abgegeben? Ich hatte vorher keinen. Und dann ist er wieder wieder, ich krieg die Krise. Eieieiei, hinter mir ist schon wieder so ein schwarzes Ding. Oh, ein paar hinter mir sind ganz viele Leute. Hinter mir ist nur noch Lisbeth. Ich konnte gerade mit einem sehr schön runterrutschenden Pferdepopo die Wand entkommen. Ich bin gefangen, ich bin der Pferdmann runtergerutscht. Willkommen im Club im selben Moment. Dann machen wir mal Jagd, warte mal. Wir gehen aus der Gruppe und machen Jagd auf die anderen. Jagdwurzelhelfer. Oh, das war natürlich ein Pferd. Oh, nein. Nein. Da kommt mir direkt jemand entgegen hier. Ja, das ging aber sehr schnell. Du hast nichts gesehen. Kein, überhaupt nicht. Boah, jetzt alle hinterher. Oh, nee. Nein, geht weg. Ja, ach, nee. Nicht rumstehen. Ich kann mich hier irgendwie wieder... Hallo, Mama. Falls du mitmachst. Eine Person ist gerade wieder vorbei geflitzt. Oh Gott, da ist noch eine. Oh Gott, der Haufen kommt näher. Oh Gott, der Haufen kommt näher. Ich hab mir jetzt gerade hier mal so einen kleinen Sneak. Boah, wie das aussieht. Boah, wie das aussieht. Oh, wie das aussieht. Boah, so durchs Kolosseum eine Jagd hier. Sieht schon toll aus. Wie alle da oben. Oh mein Gott. Oh, ich zitter. Hätte ich so eine gute Idee gehabt. Scheiße. Das war bei mir richtig knapp aus meiner Sicht. Oh Gott, das wird immer knapper. Ich will nicht mehr. Oh Gott, wie das ist die denn? Wer hat die denn alle angeschleppt? Ihr wollt doch bestimmt nicht alle hängen bleiben? Wer ist jetzt eigentlich alles gefangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin gefangen. Du musst noch aus der Gruppe, Miri. Oh, stimmt. Oh Gott. Nein. Oh nein. Ah, hachst du mich? Eieiei. 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 Mir kommen alle Menschen entgegen. Oh Gott. Weg. Ich bin noch nicht mehr heiler raus. Das sag ich jetzt schon. Hilfe. Oh, Baum. Oh Gott. Wo war jetzt gleich noch mal der Weg zurück? Nein. Ich weiß nicht mehr mehr, welchem Teil von Wilde ich überhaupt bin. Ich auch nicht mehr, aber nein. Ah, nein, weg. Ich hab echt so dolle lieb, dass ihr weggehen könnt. Oh mein Gott, der Baumstamm hat mein Leben gerettet, weil er mich zurückgesetzt hat. Oh, super. Also mich verfolgen schon mal drei Leute. Ich liebe euch. Ja, hinter mir sind so ungefähr 15, 10. Nein, nein, geht weg. Das ist ein altes Arabermodell. Halleluja, das ist hässlich. Bleibst du gleich an der Wurzel hängen, ich sag's dir. Nein, bleib ich nicht. Hüpf, Pferd, hüpf. Die Wurzeln mögen mich heute. Ich darf überall drüber springen. Hier ploppen einfach Menschen auf. Doch, doch. Da ist ein Abgrund. Oh Gott. Ah. Schau mal. Okay, ich bin gespannt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Hallo. Hallo. Habe ich es jetzt verpasst oder wie? Oh tschö. Ich habe jetzt wieder eine Horde von Menschen an mir kleben. Weg. Hallo, ist es Lena? Doch, wer wurde jetzt noch nicht gefangen? Ich und Anna. Ich wurde noch nicht gefangen. Wer und Anna? Lara. Lara. Die anderen wurden gefangen. Okay, ich habe Lara jetzt irgendwie leider verloren, weil ich eigentlich abkürzen wollte, aber hat doch nicht so geklappt. Leider. Ich muss einfach kumlaubern. Ich muss einfach kumlaubern. Ich muss einfach abkürzen. Stopp! Ich bin mit dem Kreis gelaufen. Ich bin mit dem Käsekracke gelaufen. Nein. Könnt ihr mal bitte nicht abkürzen? Oh Gott, oh Gott. Wie komme ich jetzt selber weg? So, ihr bleibt jetzt alle hier. Nein, 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 nein. Menschen, Menschen, Menschen. Hallo. Oh nein. Nein. Hallo. Lass einfach in der Masse mitlaufen. Hier fallen wir nicht auf. Ich habe Angst vor euch allen. Ja, läuft noch schön hier hinterher. Ich habe Angst, dass wir dich irgendwann den Weg abschneiden können. Ja, läuft noch nicht. Ja, läuft noch nicht. Oh, da kommt direkt hier. Ich such gerade diesen Bergaufstieg hier. Nach rechts? Abschneiden? Nein. 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 Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh nein. Nein. Boah, scheiße. Ich habe gerade Angst. Oh. Ich habe ein Problem. Hä? Wo komme ich denn jetzt da weg? Wie komme ich denn da? Ja, das freut mich auch. Nein, 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 nein. Bitte stirb nicht. Bitte. Bitte. Oh Gott. Oh Gott. Ich... Oh mein Puls. Oh mein Puls. Oh mein Puls. Oh mein Puls ist gerade... Oh nein. Geht weg. Weg! Nein! Nein! Ich bin hängen geblieben. Jawohl. Sag ich dir das noch. Er fängt. Jetzt finden wir noch Anna. Ist noch Anna? Anna, du darfst mal. Ja, ihr könnt mich eigentlich gar nicht übersehen, weil so eine riesige dicke Herde hinter mir hat. Oh. Ich sehe Paula. Ich weiß, wo sie ist. Darf ich es sagen? Ja, darfst du? An dem Dressurplatz mit den Stoßzähnen drumherum. Oder was das sein soll. Oh, ein Kolosseum. Ein Kolosseum. Ein Kolosseum. Alle zum Kolosseum. Ich weiß, morgen hat sich die Träume wieder so überlassen. Gott, was sich die andere Spieler gerade so denken. Die wollen gerade in Ruhe die Quest machen. Die Leute an roten Menschen. Oh Gott. Die Leute an roten Menschen. Die Mäute an roten Menschen. Oh Gott, was mach ich hier? Nein. Wo ist sie? Hat sie überlebt? Sie hat das überlebt. Woah. Oh Gott. Ich konnte es mir weg. Oh nein. Hier ist ein Haufen. Ich sehe sie nicht mehr. Ah nein. Oh, ich bin da ja schon, wo ich eben schon gescheitert bin. Und jetzt komme ich da runter natürlich. Wo ist sie hin? Ich sehe sie auch nicht mehr. Sie hat sich aber in Luft aufgelöst. Ich stehe hier oben. Ich stehe hier oben. Ich stehe hier oben. Ich stehe hier oben. In so einer kleinen, rosa-roten, neben so einem riesigen, großen Scheierpferdchen. Ah, du wurdest hier gefangen. Mit rosa-rotem Mähne. Hier? Nee. Wo bist du? Ah, hier oben. Hier kenne ich in der Menschenmasse gar nicht. Okay, da wurden jetzt alle gefangen, oder? Ja. Ich stehe hier. Super. Oh man. Das ging auf jeden Fall echt schnell. Bei mir leider am schnellsten. Aber... Ui. Ja, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es das erstmal mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.